Asbach-Uralt. Heute wie in alter Zeit ein Zeichen guter Gastlichkeit. Es zeigt sich ein Hotel von Rang im ganz persönlichen Empfang. Das freut den Gast im fremden Land. Ein Gruß aus seinem Heimatland. Auch Kinder grüßen gern die Gäste bei dem Empfang zum kleinen Feste. Es war schon immer so, was man im Zeichen guter Gastlichkeit beschert, das ist schon einen Asbach-Uralt wert. Im Asbach-Uralt ist der Geist des Weines.